Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 107 Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Servierende Pidnos ist mit Tafeln und Tafeln und Trojan auf der Klinie im Saal. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Lisa steht barfuß auf dem Balkon und atmet die frische Morgenluft ein. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich feiere meinen Geburtstag alleine. Niemand ist gekommen. Es macht mir Freude, im Regen durch die Pfützen zu laufen. Es macht mir Freude, im Regen durch die Pfützen zu laufen. Es macht mir Freude, im Regen durch die Pfützen zu laufen. Es macht mir Freude, im Regen durch die Pfützen zu laufen. Plötzlich fing es an zu schneien. Ich habe nicht damit gerechnet. Plötzlich fing es an zu schneien. Ich habe nicht damit gerechnet. Wir sollten hier mehr Blumen hinstellen. Sie werden sich gut verkaufen. Wir sollten hier mehr Blumen hinstellen. Sie werden sich gut verkaufen. Wir sollten hier mehr Blumen hinstellen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. 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 Ich habe die große Pizza ganz alleine aufgegessen. Ja, sie wollen die Pizza zusammen. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe diese Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Unsere Kinder interessieren sich schon früh für technische Geräte. Unsere Kinder interessieren sich schon früh für technische Geräte. Unsere Kinder interessieren sich schon früh für technische Geräte. Ich halte meinen Hund warm, sonst friert er bei solchem Wetter. Ich halte meinen Hund warm, sonst friert er bei solchem Wetter. Ich halte meinen Hund warm, sonst friert er bei solchem Wetter. Ich halte meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Ich helfe meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Ich helfe meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Ich helfe meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Ich halte meinen Eltern. Die Pflanzen brauchen Wasser, sonst friert er bei solchem Wetter. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Jetzt ist der Korb voll. Die Erdbeeren reichen für einen Kuchen. Jetzt ist der Korb voll. Die Erdbeeren reichen für einen Kuchen. Jetzt ist der Korb voll. Die Erdbeeren reichen für einen Kuchen. Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich suche Krabben im Meer. Heute sind nicht mehr viele zu finden. Wir setzen uns auf die Treppe und warten, bis Mama den Laden verlässt. Wir setzen uns auf die Treppe und warten, bis Mama den Laden verlässt. Wir setzen uns auf die Treppe und warten, bis Mama den Laden verlässt. Wir setzen uns auf die Treppe und warten, bis Mama den Laden verlässt. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Was ist hinter dem großen Tor? Ich werde nachschauen. Was ist hinter dem großen Tor? Ich werde nachschauen. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Die Spielanleitung ist kompliziert. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Die Spielanleitung ist kompliziert. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Die Spielanleitung ist kompliziert. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Instrukt preisgestapelt. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Es ist so schön, einfach hier bei dir zu sitzen. Wir können in Ruhe über alles reden. Ihr beide seid zu langsam. Ihr beide seid zu langsam. Ich bin schneller auf dem Parkplatz. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. Na uroci Goncharstwa я намagаюся zrubiti свою perrschu Vase. Jetzt kommen einige wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ja ne možu c povierete. Ja spravdi zlovoj umjetsch. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop. Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop. Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop. Südi nikogo ne pускають. Це занadto небезпечно. Stop. Ich habe nicht genug abgenommen. Also gibt es morgen zum Mittagessen nur zwei Karotten. Ich habe nicht genug abgenommen, also gibt es morgen zum Mittagessen nur zwei Karotten. Ich habe nicht genug abgenommen, also gibt es morgen zum Mittagessen nur zwei Karotten. Ich trage dich in meinen Armen bis ans Ende der Welt. Ich trage dich in meinen Armen bis ans Ende der Welt. Ich trage dich in meinen Armen bis ans Ende der Welt. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ich habe zu nichts Lust. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ich habe zu nichts Lust. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ich habe zu nichts Lust. Ich weiß nicht, warum ich hier sitze. Ich möchte nichts tun. Hast du schon einmal mit einem Trendschleifer gearbeitet? Hast du schon einmal mit einem Trendschleifer gearbeitet? Hast du schon einmal mit einem Trendschleifer gearbeitet? Ich habe schon einmal mit einem Trendschleifer gearbeitet. Gib mir bitte das grüne Sieb. Ich möchte die Nudeln abschütten. Bitte, bitte, mir bitte, ich möchte die Nudeln abschütten. Ich möchte die Nudeln abschütten. Anna ist mit dem Motorroller gekommen. Ihr Helm liegt auf dem Sitz. Die Schraube sitzt fest. Ich kann sie nicht herausziehen. Das Pferd ist gesund. Ich habe es gründlich untersucht. Es kann zum Rennen gehen. Das Pferd ist gesund. Ich habe es gründlich untersucht. Es kann zum Rennen gehen. Ich habe es gründlich untersucht. Es kann zum Rennen gehen. Darf ich den Ast mit der Säge zerkleinern? Darf ich den Ast mit der Säge zerkleinern? Ich sehe mir das nicht mehr länger an. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich sehe mir das nicht mehr länger an. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich sehe mir das nicht mehr länger an. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Niemand gibt mir ein Mikrofon. Also habe ich mein Megafon mitgebracht. Niemand gibt mir ein Mikrofon. Also habe ich mein Megafon mitgebracht. Niemand gibt mir ein Mikrofon. Also habe ich mein Megafon mitgebracht. Wir haben Zeit. Wir warten vor der Tür, bis das Kaffee öffnet. Ich habe mich auf die Reparatur alter Motorräder spezialisiert. Ich habe mich auf die Reparatur alter Motorräder spezialisiert. Spezialisieren Sie auf den Motorrädern. Mit der richtigen Landkarte findet man immer den richtigen Weg. Mit der richtigen Landkarte findet man immer den richtigen Weg. Mit der richtigen Landkarte findet man immer den richtigen Weg. Mit der richtigen Landkarte findet man immer den richtigen Weg. Ich weiß nicht, was ich von dem Vorschlag halten soll. Ich weiß nicht, was ich von dem Vorschlag halten soll. Vielen Dank für den wunderschönen Diamantring. Vielen Dank für den wunderschönen Diamantring. Am dritten Geburtstag gibt es eine Torte mit drei Kerzen. Am dritten Geburtstag gibt es eine Torte mit drei Kerzen. Am dritten Geburtstag gibt es eine Torte mit drei Kerzen. Am dritten Geburtstag gibt es eine Torte mit drei Kerzen. Am dritten Geburtstag gibt es eine Torte mit drei Kerzen. Am dritten Geburtstie macht er therapists und der Zeit herzifährt auf unserer Leuchtheilung. Our mailbox geht um entablieren Wiringen zumczyst. Ich will nicht, was du meine Weide überquerst. Ich will nicht, was du meine Weide überquerst. Hast du Pfeifentabak? Ich möchte etwas rauchen, um mich zu entspannen. Hast du Pfeifentabak? Ich möchte etwas rauchen, um mich zu entspannen. Ich habe für unsere jüngste Tochter eine rosa Geldbörse gekauft. Ich habe für unsere jüngste Tochter eine rosa Geldbörse gekauft. Ich habe für unsere jüngste Tochter eine rosa Geldbörse gekauft. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Am Strand war es so windig, dass mein Hut ins Wasser geflogen ist. Am Strand war es so windig, dass mein Hut ins Wasser geflogen ist. Am Strand war es so windig, dass mein Hut ins Wasser geflogen ist. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.